Da muss ich mich irgendwie mit dem... Also alle sollen erst mal hochfahren, wa? Genau. Alle sollen erst mal hochfahren. Bingheimer, fahr mal bitte jetzt auf die Camel Straight. Ey, wo hol ich denn da schon? Und dann stehen bleiben auf der Camel Straight. Pass auf hinter mir, bitte. Okay, rechts oben legt ein bisschen. Wir müssen jetzt stehen bleiben hier. Fahr da rechts, fahr nach rechts quasi. Mein Gott. Nach rechts, das ist links. Ähm, was jetzt da? Ja, keine Ahnung. Was macht ihr denn jetzt hier? Ja, stehen bleiben. Ja, ihr sollt die Strecke nicht blockieren. Alter! Was macht ihr denn? Jetzt von hinten nach vorne, Parling. Es hätten doch alle rechts stehen bleiben können. Ey, Tobi, wieso bist du auf einmal vor mir, what the fuck? Zwölf, Abel. Also von hinten nach vorne. Also wer ganz hinten steht, fährt nach vorne. Winke, winke, hier kommt der Loser. Dann kommt Mark, Enders. Hm? Warte, ich mach Platz, ich fahr rückwärts, warte. Enders! Nicht mich ran. Der Chaot ist hinter mir. Grüß Gott. Servus. Boah, mein Gasbedar quietscht einfach. Janis. Ehren Trussmaster. Dann Bugler. Einmehr. Fanfuhn? Arvin Fanfuhn. Fanfuhn, wenn Woden. Fanfuhn. Fuhn. Lutsch. Fischer? Ja. Also denke ich jetzt einfach mal. Ah, Moritz wieder AFK oder wat, alter? Ja, nach Bori kommt der Moritz, dann kommt, äh, bah. Da steht ja einer. Oh, moin, fitzack. Hallo, fitzack. Ja, hallo. Mike, äh... Moment, warte mal kurz. Bleib mal, bleib mal stehen. Gasplatz! Wenn ich jetzt auf die Bremse drücke, dann hab ich einen Porsche... Bugler muss nach, ähm, muss vor Marvin. Ex-Spritsparen, kein Gas geben. Wo ist denn, wo ist denn der Mike Bugler? Keine Ahnung, äh, hat er irgendwo geparkt. Der ist hinter dir. Der kommt da. Bori, lass ihn vorbei, ey. Na ja, wir sollen da vorbeifahren. Sehen wir hinten die Autos hoch wie legal. Oh, sind alle hinten dran, ne? Ja. Alright, man. Alright, man. Here we go. Here we go. Woah, Alter, Greg, was mach... Ah, shit. Here we go again. Greg fährt Finn drauf, der ist das Superkanal. Also, Parling und Smith dann... Lambrich... Lambrich und Abel, bitte Position tauschen. Nein. Nein. Können wir noch ein bisschen langsamer fahren? Passt. Greg ist einfach grad Finn drauf gefahren. Nee, seit... Hey. Doch, siehst du doch. Okay, go, go. Das ist echt knapp. Das ist echt knapp. Lambrich, bist du vor ihm ins Ziel gekommen? Ah, ja, stimmt. Tobi, du musst vor mich. Kann man das hinter dir? Ja, ja, stimmt. So, ihr beiden müsst den Double-File machen, ja? So, dann quasi... Das kann nur Chaos geben. Ja, ich bin hinter Smitty. Meine Reifen sind arschkalt. Ich bin hinter Smitty und du bist hinter den anderen Nissan hier, Tobi. Äh, ich sag nur mal so, das wird lustig in der Busch mit so kalten Reifen, ne? Ja. Ja. An die 40 Grad. Ja, ja. 50 Grad. Okay, jetzt. Auf einen Jude-Rennen noch. Aber das zweite Rad ist eh meistens Chaos. Nein, das ist... Also er ist ja aber noch eigentlich relativ fair, würde ich sagen, oder? Ich seh's schon. Komm, da wollen wieder welche zu viel. Bei mir jedenfalls ja auch. Scheißes Chaos. Bei mir war's auch soweit fair. Ja. Das Problem ist halt daran, es ist einfach nur Chaos, aber am Ende sind sowieso die Schnellen wieder vorne. Wenn sie nicht abgeschossen wären. Meinst du, Luke Carsten Obergren? Aber Sebring war auch schon interessant. Ja, aber das Chaos hätte nicht sein. Sehr interessant. Sebring? Och, total. Hatte richtig Spaß gemacht. Vollig interessant, die Wand. Also ich fand's nicht schlecht, weil ich wurde dritter, aber... Also für die Zuschauer war's sehr interessant, glaube ich. Ja. So, Doppelfeil bitte. So, Marken nach links. Ähm, Parling langsam, 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 langsam. Warte, bin ich eigentlich jetzt als... Ich bin wieder außen, gell? So, beide Tobias hier vor mir. Dann quasi wenn und ich. Das ist nicht 80. Alter, mach doch... Wieso fahren die wieder so schnell, man? Wir fahren 80 hier vorne. Ja, mal eher. Fahm, 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 fahm. Diese geht schon los. Ja, gerade. Fährt los. Pass bitte auf, dahinter mir. Hey, bitte, Tobi. Oh Gott. Gerne auf den... Alter, sind die Reifen kalt! Sag mir so klar, Finch is crack out! Pass auf, Titan, doch nicht da jetzt! Finch is crack out! Und Walborn direkt am Stössl Uff! Pass auf Leon, nicht mehr neben dir! Ja, fahr vorbei! Oh, scheiße! Ich sehe den Bremspunkt, nicht zu viele Autos vor mir! Moin Bernd! Alter, ist das Chaos-Spur! Ist doch noch in Ordnung, alles eng nur! So, ich gehe round our side hier! Danke, Toni! Habste Berührung? Zum Glück kann man den so gut kontrollieren! Ich bin immer noch außen, ich bin immer noch außen, ich bin immer noch außen! Ich bin immer noch außen! Alter, Mutti! Greg und Finchheimer! Oh, Greg, Alter, schießt mich doch ab! Ah, ne, ist Bernd! Und Finchheimer! Borefa! Hat sich Finchheimer selbst abgeschossen? Hat einer von euch abgeschossen? Nee, Greg! Greg, Greg wieder am Rambo-Torpedo-Modus, so kennen wir ihn! Ja, geil! Bernd! Oh Gott! Was geht ihr an? Alter, pass doch auf, bitte! Alles okay, Tobi noch? Oh! Ja! Bauer war an der Wand! Ja, mal lieber, damit das ganz gut ausfühlt! Alter! Doch, mein Chaos ging aber nicht! Soll ich jetzt da vorbei? Seid ihr behindert? Seid ihr behindert? Alter, seid ihr behindert? Hallo! Einer zurückstecken! Was ist das? Alter, Mutti! Geht's euch da hinten noch allen gut? Es geht, Alter! Lambrich und Bingheimer, die haben mich gerade... Alter, mindestens, äh... Das war... Das war ein Dreier, Alter! Du darfst echt in der Bus-Stop in der zweiten Zeit überhaupt nicht einlenken, sonst kommt das Auto irgendwie einfach so weit! Ja, was nen Start, Alter! Fünfer auf 13! Moin! Ich bin auf 3 auf 12, weil ich weggetreten wurde, dreimal! Ja, aber ich verfolge dich, ey! 2 auf 12! Und Parling, der fährt hier schon 1800 Meter vorher los! Ja, der Start, der war unfair! Ja, das stimmt! Muss doch mal die Regeln mal klären! Ja, das ist halt das Ding, wenn da Leute, die halt immer hinten sind, auf einmal den Start freiheben! Was muss Lukas denn eigentlich machen? Boah, wirklich schnell! Wer kommt da denn, Alter? Boah! Ich bin halt einfach nur langsam! Wenn nix! Das war ja Hacking! Boah! Boah! Was war das denn?! Lern muss... Ich hab' dir 275! Ach! Ach! Bss! Ach! Achtung, ich hör' dir gestern Qis! Schon wieder ein Nissan? Oh, Bernd! Alter, bitte koste mich nicht so viel Zeit, ey. Greg ist schon hinten dran. Und Abel ist wieder vor mir. Fahr ein bisschen weiter außen, bitte. Alter Boogie, was war das denn grad da? Was war's denn so schnell, Alter? Kassel, Windschatten und so. Oh, Alter, quasi Raiden kloppt das. Wind, was machst du? Oh, ein bisschen DHS geöffnet. DHS! Eier, Schuhe. Das war unnormal. Hat Boogie mal einen F-Schacht geöffnet, oder was? Bitte? Hat Boogie einen F-Schacht geöffnet? Da war alles Lila. Da war alles Lila. Oh ne, da kommt Haasen. Da kommt Haasen. Alter, wieso bin ich eigentlich so viel schneller als Moritz? In der scheiß Porsche. Und Yannis führt, Yannis ist einen Platz vor mir gestartet. Oh, ich hasse mein Leben. Da ist mir gut durchgekommen. Aber er hat noch nichts für, wenn du immer so chokst. Ne, was heißt choken, Alter? Wenn der da so früh losfährt und dann bin ich innen in der Ruhe, das deckt die Arschkarte. Will der Greg mich eigentlich jetzt verarschen? Der ist mir voll in die Karre gekommen. Oh Mann. Ja. Das ist Greg-Style. Aber er ist jetzt erstmal in der Oberlappenseil von den Kurven. Lass du das, Alter. Da geh ich jetzt rein. So lange du mich verschonst. Okay, ich zähle nochmal zurück. Ähm, Leon? Ja? Du magst hinter mir bleiben, oder? Nee. Oh, das ist Bauer, Alter. Der Bauer, Alter. Oh, fuck. Mann, wieso hat der Greg eigentlich so viel Topspeed, Mann? Alter, links. Ja. Ja, geil, Greg. Äh, Greg. Alter, was ist denn das für ein Huren, so ein Mann? Boah. Ja, der fängt mal einfach nach Urusch volle Kanne in die Karre. Mahlzeit. Ey. Dein Auto muss doch mehr als rot sein. Ich war noch rot. Greg hat auch nur Tomaten auf... Ähm... Äh... Tomaten auf ne Augen. Äh... Du nimmst auf? We play. Maulbogel, Alter. Nee. Du weißt, ich bin immer schon ein bisschen behindert. Na, ist richtig. Nur mein Smile? Richtig. Nee. Ich könnte so eine Frage jetzt von... Nur mein Smile? Oh, verdriftest du denn? Ja, ich hab gedacht, wir machen hier Drift Challenge Japan und so. Wer ist zu quer, siehst du mehr? Wer ist zu quer, siehst du mehr? Wer ist zu quer, siehst du mehr? Oh, Arbel, mach mal ein bisschen Stoff hier! Alter! Alter, Hilfe! Mein Gott, ey, Greg kann nicht fahren, Alter. Der braucht einfach nur, um fahren zu können, eine freie Strecke, sonst räumt er jeden auseinander. Ich hab gedacht, wir wollen hier ein bisschen... Oh, Malik in the Road, die outside, Alter! Was? Greg-Fest oder Wack-Fest? Greg-Fest. Boah! Alter, was ne Manöver hier! Alter, zweimal ausüberholt! Malik in the Road, Schabai, Alter! Alter, Malik in, Alter! Wo bist du? Alter, neunter! Alter! Quarty Rain und Alt Rain komplett auseinandergenommen, Alter! Ehre genommen! Alter, warte, warte, zwei Manöver! Alter, die kommen in die Galerie! Alter, warte, warte, ein Gottmanöver, Alter! Ich kann mich so nicht konzentrieren, halt die Fräse! Die kommt in die Galerie, Alter! Erstmal... Erstmal Mama schicken, guck mal was ich geschafft habe! Ey, nein! Jetzt hab ich den Rammstuhl verpasst! Smitty, I'm coming for you, Alter! Oh, Greg und Fischer! Fahr, Alter! I'm coming for you! Ja, den krieg ich da auch noch, Alter! Ich kann doch nichts! Ich kann doch nichts, Alter! Die Schnecke ist scheiße! Ich kann den nicht! Jo, schon wieder so ein BMW mit 3000 kmh! Wow! BMW mit drin! Ey, hör doch mal auf, ey! Schlabberlutsch! Wo bist du, Bernd? Fünf! Sehr gut! Sechs! Schwingheimer ist gerade mit Lichtgeschwindigkeit vorbeigezogen! Lichtgeschwindigkeit! Mit... Ne, mit Mobsgeschwindigkeit! Er hat ne Riesengruppe, Alter! Bitte, bitte alle weggehen! Hallo Smitty! Oh, ne! Dein Arsch gehört mir, Alter! Hey! Wen? Nimm mich abfacken! Oh! Oh! Alles noch rund! Alles noch rund! Ich bin außerhalb der Punkte im Fahrstrecke! So lächerlich mit Crack, ey! Ohne diesen Schei... Ohne Bingheimer's Fitter während er nicht... Oha Smitty! Das ist natürlich außerhalb der Track! Ja, ich bin gerade am Kämpfen, dass ich auch so nicht verliere! Oh! Oh, nicht so kriechen hier bitte! Ja, ich bin halt scheiße hier auf der Strecke! Was höll ich gerne! Erinnern! Wenn ich nicht immer der schnellste Nicht-Bingheimer-Setter da oben gehe! Ey, ich bin kurz davor, einfach einen auf Ranks oder... äh... ... in Elf 1 zu machen, ey! Äh... Was machst du hier vorne? Breakfast-Screen oder was? Musst du Greg fragen! For White! Ich hab gedacht, wir fahren nebeneinander hier! Äh... Wie... Ihr macht jetzt ne For White in Bloschino? Wenn der mir wieder... Wenn der mir jetzt wieder mitkommt, das war ein fucking Leck, Alter, dann... ... Wir machen hier gleich Sex-Ride auf! Type-Bomb! Jo! Ihr wollt mich doch alle hochnehmen! Danke, Mark! Sehr gut! Boah! Schießt euch mal alle weg hier vorne! Was... Was sollte das, Mark? Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben, wenn du so... ... das ist dann das ewig ist... Da schicke ich ein, Alter! Kannst davon ausgehen! Ich hab sogar rechtzeitig gebremst! Rechtzeitig gebremst! Rechtzeitig! Rechtzeitig! Alter, da sind 5 Leute und du gehst einfach noch in Reihen, Alter! Da muss los! Hast du mich dabei gedreht, Alter! Jetzt bin ich 15 da wegen dir! Nur weil du wieder nur am Rasten bist und nichts kannst! Da musst du mal Greg fragen, Alter! Dieser scheiß Torpedo, Mann! Oh, grüß Gott hier! Fette Ausgänger ruhig einfach in die Karte rein, Mann! Der fährt mit Zielfernrohr! Hahahaha! Boah, kürzlich an, Alter! Boah, kürzlich an, Alter! So, Arbeit muss ich jetzt noch bekommen, ey! Naja, ey, ich schmeiß dir die Tür zu! Ja, hier ist doch noch alles erreichbar! Ey, ja, warte, sag mal, diese Fin... Diese... ...Racing-Leute, Alter, die sind echt alle behindert! Äh, danke, Smitty! Ja, sorry! Der wurde von Finn gedreht! Kann er nichts tun? Ja! Doch! Wenn er einfach gerade aussieht auf die Strecke fährt, obwohl er sieht, dass ich vor ihm bin... ...kann er schon was! Ja, das zweite Rennen ist einfach nur Chaos! Was? Mein Haupt im Racing meins, äh... Wo ist eigentlich... Wo ist eigentlich... ...Parling? Ich glaube, jetzt! Wie das denn, Alter! Der hat sich super nach vorne gearbeitet! Von 1 auf 16! Wie wär's eigentlich, wenn man einfach nur die Top 10 oder die Top 12 Reburst? Kann man X zusammen! Das hab ich auch gesagt! Mein Auto ist Chrom von vorne bis hinten! Das weiß ich jetzt aber nicht! Ne, warst du auch nicht! Keine Serie, bei der ein ganzer Squid Reburst wird! Wie sagt mein Auto? Ja, das ist ja auch... Ja! Das ist ja auch... Aber keine... Das ist ja auch mehr oder weniger eine Test zu sagen, also... Nächstes Jahr machen wir dann die Top 12 und fertig ist! Wenn mein Auto ist kaputt und das fährt ich einfach besser, als wenn's kannst du's! Weißt du, beim nächsten Mal einfach mit Vollgas in Greg rein und dann... Ja, weil das Ding jetzt mehr untersteuert und deswegen irgendwie angenehmer zu fahren ist! Okay, also ich kann Rennen aufgeben, ich bin komplett rot! Ich bin gar nicht mehr geplant! Ich bin gar nicht mehr geplant! Mahlzeit! Moin! Könnt ihr euch mal ein bisschen aufhalten da vorne? Danke für den, der bemüht uns, kleinen Schubser. Als ich da hatte so einen Überschuss, mein Auto wird einfach komplett klein gefahren. Ihr denkt euch auch nur so Porsche weg mit dem Trick. Was war das letzte Endes mit ihm? Ja, Auto-Root und ich war eh letzter, ich war hinter Parling nach der Tour. Das passiert, wenn du einmal mit Greg zusammenhängst und einmal kommt Finn Haupt auch noch dazu, das ist einfach... Das letzte Mal, dass der mich abräumt, Alter. Der lernt's einfach nie. Ich kann sich eh bei Lukas für das Setup bedanken, ey. Nur das fährt ab, weil da nämlich nichts. Oh! Oh! Na ja, ich bin mal raus für heute, ne? Aus der Rennen, das mit dir. User disconnected from your channel. Oh! 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 Wo ist eigentlich gerade Mark? 14. Es ist Sekunden unter mir. Wie viel? Wie viele Sekunden? Das tut mir das weh. Boah, ich muss pissen. Fahr in die Box und geh pissen. Na. 10 Minuten sind wir jetzt noch irgendwo durch. Was ist denn danach für eine Strecke? Oh, keine Ahnung. Stimmt. Da ist ein Einrennen, Stunde 15. Ah, okay. Ja, toll, dann haben die Z4s wieder einen Vorteil, weil die alle schon das Rot-Amerika-Sutter haben. Ich nicht. Ja, und sie haben zwölf Stunden Renn-Erfahrung. Ich nicht. Ich auch, aber halt nur auf dem Tourenwagen, bringt mir halt nichts. Die haben zwölf Stunden Lack-Erfahrung. Die kennen den Streckenverlauf über. Naja, stimmt, die sind ja gar nicht viel gefahren. Nur wir im Tourenwagen sind hier durch. User, enter your channel. Hi. Moin. Moin, bitte. Jupp. Ich will hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Du hättest den Punkt wahrscheinlich eh nicht bekommen, aber trotzdem, wenn ich jetzt noch chope. Ja, den hätte ich nicht mehr bekommen. Aber du hast wieder Disconnect gehabt. Weißt du da oben? Ja. Kann ja sogar sein, das mag mich noch wohl, deswegen. Wow, ein Punkt. Kann ich mir den Arsch schieben. Warum kannst du mir den ruhig schenken? Die Mediums sind echt nicht so schnell fürs Rennen, ey. Ich hoffe, wir bauen halt so schnell ab. Nö. Ich hoffe, wir sehen uns. Das war's. 4 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020